So, wir befinden uns jetzt im zweiten Level von, also im zweiten, in Anführungsstrich, natürlich nur Level von der Galaxia-Watt. Wir haben hier den Start. Und wir können uns hier auf jeden Fall durchprüfigen. Ähm, zu dem Story-Dings, dem Story-Part von, ähm, dieser Watt. Man soll sich da wieder einen Teil durchlesen, da pausiert ihr das Video dann auch am besten. Und, ähm, oh scheiße. Und danach muss man noch einen weiteren Teil durchlesen. Wenn man, wenn man hier fertig ist, praktisch. Ich werde das mit den Hinweisen natürlich auch, ähm, kopieren, also, äh, in die Beschreibung. Wenn es denn alles reinpasst. Ansonsten, naja, keine Ahnung. Müsste ich mir was einfallen lassen. Warte mal, ich hab doch die Besserker-Faust. Ich muss mir keine Sorgen um Gegner, die vor mir auftauchen. Zum Thema Gegner. Oh, viele haben wir nicht einmal. Ja, es ist auch nur ein Mini-Level, also das wird sehr viel kürzer gehen. Es wird also auch eine Mini-Playlist werden. Mit zwei Videos, naja. Aber was soll's, was soll's, ja. Da ist noch ein Gegner. Es sind sogar noch zwei Gegner. Ah, okay, dann sind wir ja super fertig. So, wunderbar, dann war das jetzt ein sehr, sehr kurzer Ausflug nochmal in diese Watt. Aber dann war's mit dieser Watt. Man sieht sich dann bei der nächsten Watt wieder. Ähm, jetzt wäre dann der Zeitpunkt, sich den letzten Part des, ähm, der Story durchzulesen, falls ihr daran Interesse habt. Dann würde ich sagen, man sieht sich dann beim nächsten, äh, bei der nächsten Watt wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.